Ultraschallreiniger bieten eine effektive und gründliche Reinigung von verschiedenen Geräten. Durch die Ultraschallreinigung können sie in verschiedenen Bereichen wie der Medizin, Elektronik, Schmuckherstellung und der Haushaltsreinigung eingesetzt werden. Deshalb wollen wir uns heute einmal die drei besten Ultraschallreiniger von drei verschiedenen Herstellern und auch von drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Geräte kennenzulernen und am Ende das passende Modell für euch und eure Ansprüche finden zu können. Alle Ultraschallreiniger sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch nach dem Video noch weiter zu den Modellen informieren und euren persönlichen Favoriten sofort bestellen. Lasst uns nun aber gleich mit dem ersten Modell der Einsteigerklasse starten. Vorstellen möchten wir euch hier das Ultraschallreinigungsgerät von SafeBases. Dieses Modell kommt mit 420ml Fassungsvolumen und ist mit der Leistung von 30 Watt und der Frequenz von 45.000 Hertz perfekt für die Reinigung von Brillen, Schmuck, Uhren, Zahnersatz, Pinseln oder auch Münzen geeignet. Durch die 45.000 Hertz Ultraschallwellen wird hier für eine besonders kraftvolle und dennoch sanfte Reinigung gesorgt, die die Wertgegenstände nicht beschädigen. Das Modell kann die Artikel erfrischen und durch den transparenten Deckel kann man den Reinigungsprozess auch jederzeit gut beobachten. Auch die Bedienung läuft hier sehr einfach ab. Einfach nur den On-Knopf, also den An-Knopf drücken und wenn das Gerät fertig ist oder es man einfach nur pausieren möchte, den Off-Knopf drücken. Ansonsten schaltet sich das Modell innerhalb von drei Minuten automatisch ab. Nach der Reinigung sollte man aber hier noch zehn Minuten warten, um das Gerät abkühlen zu lassen. Wie gesagt, ist dieses kleine, aber effektive Modell für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Es kann hartnäckige Verschmutzungen von Schmuck wie Ringen, Halsketten, Brillen und auch sonstigen Alltagsgegenständen befreien und auch sonstige Werkzeugkomponenten wie Schrauben, Werkzeuge, Metallteile und ähnliche Gegenstände reinigen. Beim Kauf dieses Ultraschallreinigers von LifeBases gibt es hier aktuell noch einen 20% Rabattcoupon, den man an der Kasse einlösen kann, sowie auch eine 12-monatige Herstellergarantie. Alles weitere zum Gerät über den ersten Link in der Videobeschreibung. Als zweites möchten wir euch den Ultraschallreiniger der Mittelklasse vorstellen. Es handelt sich hier um den M01J von CreeWorks. Dieser Ultraschallreiniger besteht aus einem hochwertigen Edelstahlgehäuse und kommt mit 1,3 Liter Fassungsvolumen. Das ist also nochmal deutlich mehr als das LifeBases-Modell, womit man hier auch größere Teile bzw. viele Gegenstände auf einmal reinigen kann. Das Gerät verwendet eine Leistung von 60 Watt bzw. auch eine Heizleistung von bis zu 100 Watt. Die Kombination aus Ultraschallwellen und Heizleistung, die hier auch zwischen 20 und 80 Grad Celsius eingestellt werden kann, garantiert für eine besonders gründliche Reinigung. Das Modell besteht innen sowie auch außen aus Edelstahl und verwendet dabei ein hochwertiges 304-Edelstahl für den Innenkorb und auch Tank, um einen jahrelangen Dauereinsatz mit oder auch ohne Reinigungslösungen standhalten zu können. Egal ob Rost, Anlauffarben, gekochter Kohlenstoff und andere Flecken von auch Zahnprothesen, Schmuck, Besteck, Kinderspielzeug, Lasernhalterungen und so weiter, dieser Ultraschallreiniger von CreeWorks kann durch sein großes Volumen und seine starke Leistung hier immer einen exzellenten Reinigungsjob absolvieren. Dabei sticht das Modell, wie gesagt, durch seine hochwertige Verarbeitung und die individuelle Temperatur sowie auch Zeitschaltung durch die beiden Bedienregler hervor. Alles weitere zum CreeWorks Modell über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Auch hier gibt es aktuell einen 5% Rabattcoupon, den man an der Kasse einlösen kann. Als drittes und letztes möchten wir euch den professionellen Ultraschallreiniger DK300PF von DK Sonic vorstellen. Dieses Modell kommt mit 3 Litern Volumen und damit den größten Volumen im Vergleich, ist aber auch noch in viel größeren Varianten bis hin zu 30 Liter verwendbar. Insgesamt 7 verschiedene Größenvarianten kann man hier auswählen, alles also zwischen 3 und 30 Litern, womit das Modell vor allem in den größeren Varianten auch für einen professionellen gewerblichen Bereich geeignet ist. Alle Modelle können neben der Ultraschallfrequenz von 40.000 Hertz zusätzlich durch eine Heizleistung überzeugen. Der Heizbereich ist hier individuell zwischen 20 bis 80 Grad Celsius an dem Bedienelement einstellbar. Auch die Herzanzahl kann man hier noch individuell einstellen, sowie auch die Arbeitszeit vorplanen. Die Herzeinstellung und vor allem auch die Bedienung über das LCD-Display sind einzigartig in diesem Vergleich. Und in Kombination mit der 180 Watt Ultraschallpower und dem 300 Watt Heizelement ist das Modell wie gesagt vor allem auch für besonders anspruchsvolle und größere Reinigungsarbeiten geeignet. Es kommt auch mit einem Auffangkorb, welcher besonders gut für Münzen, Schmuck bzw. generell kleinere Metallteile ist. In den größeren Varianten ist das Modell wie gesagt auch wunderbar zum Reinigen von größeren Utensilien wie zum Beispiel auch Laborgeräten oder Arzneibestecken möglich. Zu guter Letzt besitzt das Modell noch eine Rauschunterdrückung, Wärmedämmung sowie Flammenbeständigkeit, was für eine insgesamt viel bessere Arbeitsumgebung sorgt. Und die Verarbeitung dieses Modells überzeugt auch hier durch das hochwertige Edelstahlgehäuse. Überzeugend tut das Modell wie gesagt durch die besonders starke Leistung, das besonders große Volumen und auch die einfache Bedienung über das LCD-Display. Wer das Modell nun in seiner 3-Liter-Version oder in einem der 6 anderen Varianten bestellen möchte, kann dies gerne über den dritten Link in der Videobeschreibung tun. Dort könnt ihr euch aber auch erstmal nur zu dem Modell informieren. Like